Hallo, ich bin Beate und ich begrüße euch wieder bei Beates DAF-Unterricht. Mit diesem Video beginne ich eine Reihe von insgesamt acht Videos zum Prüfungsteil mündlicher Ausdruck in der TESDAF-Prüfung und in diesem ersten Video möchte ich euch allgemeine Tipps und Hinweise für den Prüfungsteil mündlicher Ausdruck geben. Wenn ihr euch schon mit der Prüfung beschäftigt habt, dann wisst ihr, dass es sich um eine wirklich besondere mündliche Prüfung handelt. Es gibt nämlich keine Prüfenden, die euch gegenüber sitzen. Also es gibt keine Prüfer. Ihr bekommt ein Headset, sitzt am Computer und was man während der Prüfung sagt, das wird auf ein Speichermedium aufgenommen, wird dann eingeschickt und beim TESDAF-Institut bewertet. Aus diesem Grund haben viele besondere Angst vor dieser Prüfung, aber das Ganze hat nicht nur Nachteile. Es gibt auch einige positive Aspekte meiner Meinung nach. Zum einen seid ihr vielleicht etwas weniger nervös und auch konzentrierter, weil eben keine Prüfer vor euch sitzen, die euch beobachten. Dann seid ihr auch nicht von einem Prüfungspartner, von einer Prüfungspartnerin abhängig. Ihr kennt das vielleicht von anderen Prüfungen. Man kennt den Prüfungspartner noch nicht und weiß nicht, wie gut dessen Sprachkenntnisse sind. Und dann noch was ganz, ganz Wichtiges. Die Aufgaben des mündlichen Prüfungsteils sind sehr, sehr gut trainierbar. Es ist wie im Sport. Ihr könnt die Aufgaben wirklich sehr gut üben. Es gibt viele Redemittel und ich werde euch auch viele Tipps für diesen Prüfungsteil geben. Jetzt sehen wir uns mal den Prüfungsteil mündlicher Ausdruck im Gesamten an. Hier ist eine Übersicht über die gesamte Testaufprüfung und normalerweise steht der mündliche Ausdruck am Ende der gesamten Prüfung. Es gibt insgesamt sieben Aufgaben und drei Aufgaben haben den Schwierigkeitsgrad TDN3. Das entspricht der Stufe B2 und zwar sind das die Aufgaben 1, 2 und 7. Dann gibt es zwei Aufgaben mit dem Schwierigkeitsgrad TDN4. Das entspricht der Stufe B2 und C1. Das sind die Aufgaben 3 und 5. Und dann gibt es noch zwei Aufgaben mit dem Schwierigkeitsgrad TDN5. Das entspricht der Stufe C1 und das wären die Aufgaben 4 und 6. Ihr seht also, dass der Schwierigkeitsgrad nicht kontinuierlich ansteigt, sondern dass sich die Aufgaben abwechseln. So, jetzt nochmal ein genauerer Blick auf den Prüfungsteil mündlicher Ausdruck. Wie läuft die Prüfung ab? Das Ganze beginnt mit einem Vorspann. Da werdet ihr einige Dinge gefragt. Dann wird euch die Prüfung erklärt und dann wird jede Aufgabe vorgelesen. Also zuerst natürlich die Aufgabe 1. Dann habt ihr eine Vorbereitungszeit hier mit VZ gekennzeichnet. Je nach Aufgabe ist die Vorbereitungszeit zwischen 30 Sekunden und 3 Minuten lang und ihr dürft Notizen machen. Und es ist auch wichtig, dass ihr Notizen macht. Danach folgt eine Sprechzeit, hier mit SZ gekennzeichnet. Und die Sprechzeit beträgt zwischen 30 Sekunden und 2 Minuten, auch wieder je nach Aufgabe. So, 5 Sekunden vor dem Ende der Sprechzeit hört ihr einen Signalton, so etwa. Und danach könnt ihr den Satz in Ruhe beenden. So, und dann folgt die nächste Aufgabe. Jetzt sehen wir uns eine Beispielaufgabe an. Die Beispielaufgabe ist aus dem Modellsatz 2 des TESDAF-Instituts. Den Link findet ihr dann unter dem Video. Und jetzt sehen wir uns die einzelnen Teile einer solchen Aufgabe an. Als erstes gibt es die sogenannte Situationsbeschreibung in jeder Aufgabe, unabhängig von Aufgabe 1. Das heißt, diese Situation wird euch vorgelesen. Ihr lest mit und unterstreicht wichtige Informationen. Dann zweitens die eigentliche Aufgabe. Hier besteht sie aus drei Teilen. Auch die wird wieder vorgelesen. Hier wäre es, stellen Sie sich vor, sagen Sie, warum Sie anrufen, fragen Sie nach Einzelheiten zum Sprachkursangebot. Beachtet die Aufgabenstellung. Ihr könnt bestimmte Redemittel und Formulierungen auswendig lernen vor der Prüfung. Aber es ist unmöglich, ja wirklich eine ganze Aufgabe schon vor der Prüfung perfekt vorzubereiten. Dann folgt drittens die Vorbereitungszeit. Hier wären es 30 Sekunden in unserem Beispiel. In dieser Zeit könnt ihr überlegen, was ihr sagen möchtet und ihr könnt Stichpunkte notieren. So, dann folgt jetzt hier noch etwas. Plötzlich taucht hier Ingrid Weber auf. Nach dem Ende der Vorbereitungszeit bekommt ihr einen kurzen, ich nenne das Impuls des Gesprächspartners, der Gesprächspartnerin, damit ihr wisst, wann ihr anfangen sollt. Also diese Ingrid Weber sagt in der Beispielaufgabe Sprachenzentrum, Ingrid Weber, guten Tag. Und dann beginnt die Sprechzeit. Damit wären wir bei Punkt 5 der Sprechzeit. Hier im Beispiel 30 Sekunden lang. Und so ungefähr ist jede Aufgabe aufgebaut. So, jetzt gibt es wichtige Hinweise zum gesamten Prüfungsteil mündlicher Ausdruck. Je nach Aufgabe handelt es sich um eine formelle oder um eine informelle Situation. Das bedeutet, ihr müsst entweder Sie und Ihnen verwenden. Das wäre formell oder in einer informellen Situation Du. Es ist ganz wichtig, dass ihr das beachtet, weil man sagt, ab dem Niveau B2 müsst ihr das können. Ihr müsst wissen, wann man in Deutschland Sie oder Du verwendet. Dann der nächste Punkt notiert möglichst nur Stichpunkte. Ihr werdet es nicht schaffen, den ganzen Text komplett auszuformulieren. Was ihr machen könnt bei den schwierigeren Aufgaben, ihr könnt die ersten beiden Sätze notieren, damit ihr nicht so nervös seid, damit ihr ruhiger seid. Danach solltet ihr aber eure Stichpunkte verwenden und frei formulieren. Ganz wichtig, man muss zu allen Punkten der Aufgabenstellung etwas sagen. Das heißt, wenn die Aufgabe aus verschiedenen Punkten besteht, zum Beispiel stellen Sie sich vor, sagen Sie, warum Sie anrufen und so weiter, dann müsst ihr auch wirklich zu allen Punkten etwas sagen. Ihr dürft wichtige Wörter aus der Situationsbeschreibung verwenden, aber keine kompletten Formulierungen und Sätze. Ich erkläre euch das. In unserem Beispiel heißt es, Sie studieren an einer deutschen Hochschule und möchten neben dem Studium Ihr Deutsch in einem Sprachkurs verbessern. Jetzt dürft ihr nicht sagen, guten Tag, ich studiere an einer deutschen Hochschule und möchte neben dem Studium mein Deutsch in einem Sprachkurs verbessern. Das wäre also ganz negativ für die Bewertung. Auch wichtig, denke ich, für euch, eine Aufgabe folgt der anderen. Stoppen ist nicht möglich. Ihr könnt das Band nicht stoppen. Das läuft immer weiter, läuft immer wieder durch. Das heißt, wenn eine Aufgabe nicht ganz so gut läuft, vergesst sie, macht einfach weiter. Und nur das, was innerhalb der Sprechzeit von euch gesagt wird, wird dann auch bewertet. Also wenn ihr 30 Sekunden Sprechzeit habt, dann stehen euch auch nur die 30 Sekunden zur Verfügung. Alles, was ihr danach sagt, wird nicht mehr gespeichert, wird nicht mehr aufgezeichnet. Und noch etwas, versucht wirklich alle sieben Aufgaben zu bearbeiten. Auch wenn die Aufgaben mit dem Schwierigkeitsgrad C1 vielleicht noch ein bisschen zu schwierig für euch sind, versucht etwas zu sagen, so viel ihr könnt und versucht die Aufgaben so gut wie möglich zu bearbeiten. So, jetzt einige Tipps für die Prüfungsvorbereitung. Ein ganz wichtiger Tipp von mir, beginnt beim Üben mit den einfacheren Aufgaben 1, 2 und 7 und übt verschiedene Aufgaben mit diesem Schwierigkeitsgrad so lange, bis sie wirklich gut funktionieren, bis ihr damit zufrieden seid. Erst danach übt ihr die Aufgaben 3 und 5, das wäre TDN 4 und erst am Ende übt ihr die Aufgaben 4 und 6. Wenn ihr nämlich in der Reihenfolge bleibt, werdet ihr am Anfang feststellen, dass vor allem die Aufgaben 4 und 6 relativ schwierig sind und das demotiviert euch auch. Also bleibt in dieser Reihenfolge. Dann übt unbedingt laut. Schließt die Tür, geht in ein Zimmer und übt jede Aufgabe laut. Wenn ihr nur darüber nachdenkt, wird euch das für die Prüfung nicht wirklich sehr viel helfen. Noch etwas, übt mit einer Stoppuhr, damit ihr ein Zeitgefühl bekommt. Normalerweise habt ihr keinen Timer in der Prüfung. Ihr dürft nur eure Uhr verwenden, aber auch keine Smartwatch oder etwas ähnliches. Also verwendet unbedingt eine Stoppuhr. Und beginnt, wenn ihr eine Aufgabe übt, immer wieder von vorne, wenn ihr Schwierigkeiten habt. Also ihr beginnt, guten Tag, mein Name ist... und dann kommt schon das erste Problem. Dann beginnt einfach wieder von vorne, bis ihr schließlich am Ende mit der gesamten Lösung zufrieden seid. Und versucht im Laufe des Übens eine eigene und natürliche Sprechgeschwindigkeit zu finden. Es ist sehr positiv, wenn das, was ihr sagt, relativ natürlich und realistisch klingt. Am Ende jetzt noch zwei Tipps bei zwei Problemen. Das Problem eins wäre, ein Wort fällt euch nicht mehr ein oder ihr erinnert euch nicht ganz genau, wie das Wort geheißen hat oder wie eine bestimmte Formulierung war. Das ist nicht so schlimm. Wichtig ist nur, sucht nicht zu lange nach einem bestimmten Wort oder nach einer bestimmten Formulierung. Das kostet viel zu viel Zeit. Versucht dann, ähnliche Wörter zu verwenden oder eine Umschreibung zu benutzen. Also versucht, das Wort mit einem ganzen Satz zu erklären und zu umschreiben. Oder verwendet auch Redemittel wie in einem wirklichen Gespräch. Wenn ihr das selten und ab und zu macht, klingt das sogar sehr natürlich. Ah, jetzt habe ich das Wort vergessen, aber ich denke, es heißt... ich glaube, das Wort heißt... oder ich glaube, auf Deutsch sagt man. Und das zweite Problem ist eher technischer Natur. Es handelt sich um die Lautstärke im Prüfungsraum. Alle Prüfungsteilnehmenden sitzen vor dem Computer und sprechen gleichzeitig. Ihr könnt euch vorstellen, dass das relativ laut wird. Manche haben damit kein Problem. Andere fühlen sich sehr gestört. Übt auf jeden Fall mit Hintergrundgeräuschen, also mit einem Radio oder Fernseher im Hintergrund. Das wird euch helfen, euch an die Hintergrundgeräusche zu gewöhnen. Auf jeden Fall solltet ihr laut und deutlich sprechen, damit auch wirklich aufgenommen wird, was ihr sagt. Ja, und dann wünsche ich euch viel Erfolg beim Üben und auch später in der Prüfung. Das nächste Video, das ihr anschauen solltet, um weiter zu üben, wäre Test-Tipps für den Prüfungsteil mündlicher Ausdruck, Aufgabe 1.